Musik 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 Heute starten wir nunmehr die zehnte Capacona-Gedenktour. Musik 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 Können wir uns heute eine Situation vorstellen, in der man die Freiheit bereits vor Augen hat und dann unter Schmerzensschreien doch noch sterben muss? Auch wenn die Situationen nicht unmittelbar miteinander vergleichbar sind, sind wir doch alle erschüttert vom eiskalten Handeln skrupelloser Schlepperbanden und den unzähligen Flüchtlingsopfern im Mittelmeer. Und die neueste furchtbare Nachricht, ein Flüchtlingscamp in Syrien wurde bombardiert. Unvorstellbar. Leider ist auch heute das Leben von Millionen Menschen in der Welt von Krieg und Terror, von Flucht und Vertreibung, von Angst und Hunger bedroht. Der Streit geht auch wie in der Vergangenheit immer um das Gleiche, um Geld und Macht und unterschiedlichen Glauben. Dafür lassen unzählige Menschen ihr Leben und jeder hat davon leider nur eines. Meine Damen und Herren, tausende Menschen glaubten nach ihrer Folter und den Qualen, nach Hunger und Krankheit im KZ Neuengamme endlich auf dem Weg in die Freiheit zu sein, Als die Kap Akona am 3. Mai 1945 bombardiert wurde, Feuer fing und eine unglaubliche Panik auf dem Schiff ausbrach. Etwa 7000 Menschen fanden in der Lübecker Bucht den Tod. Nur wenige Stunden vor Kriegsende und nach verzweifelten Kampf um ihr Leben. Am Strand von Groschwansee entstanden ein Massengrab und eine Gedenkstätte für 407 Opfer, geschmückt mit einem schlichten Birkenkreuz. Wir wollen und müssen die Erinnerung daran wachhalten und weitergehen. Das ist unsere Verantwortung. Denn vergessen ist die letzte Grausamkeit, die wir den Opfern antun können, sagte der Landesrabiner William Wolf. Das ist unsere Verantwortung. Ich darf Sie einladen, sich einmal die Ausstellung anzusehen, die kurze Begrüßung mitzumachen, etwas an Getränken haben wir bereitgestellt und sie dann anschließend zu einem kleinen Rundgang durch die Stadt einzuladen mit dem Ziel städtisches Museum, Vereins- und Museumshaus. Dort wird dann diese Runde fortgesetzt unter dem Motto 25 Jahre Staatsanwalt. Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Groschwansee, der Umgebung und alle, die die Groschwansee wohl auch ein wenig lieben. Sie sind ja heute hier doch ein bisschen zahlreich erschienen. Das freut mich ganz besonders und haben auch das Glück gehabt, dass unser Fotofreund hier, Reimer Behnke, zu der Zeit, zur Rendezeit hier gerade auch durch Grimis-Mühlen gelaufen ist und die alten Aufnahmen gemacht hat. Also die fast alle Schwarz-Weiß-Aufnahmen sind von Reimer Behnke hier. Was man natürlich in den Bildern ganz deutlich sieht, ist noch 1989, also die meisten Bilder sind so zwischen 88 und 92 entstanden von den alten Aufnahmen. Und wir sehen ja auch noch ganz deutlich, dass eben zu der Zeit noch alles grau und grau war in Grimis-Mühlen und heute die neuen Bilder eben alle in bunt. Mein Name ist Hans-Joachim Lockweiler, ich komme aus der Partnerstadt Amstböck, die kennen Sie aber ganz bestimmt. Und ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung, die wir bekommen haben. Und ich bin voller Spannung, muss ich bestehen, ich war 1989 oder 90, ich weiß das nicht mehr so ganz genau, schon das erste Mal in Grimis-Mühlen. Und ja, wir hatten tolle Zeiten. Ich weiß noch, wir waren bei Herrn Erdmann in der Küche, der ist hier sicherlich eine bekannte Person. Und da haben wir Dr. Anderko dann zum Mittagessen. Es war toll, es war ein Erlebnis sondergleichen. Heute ist es eben so, dass wir unsere Partnerstadt Grimis-Mühlen bewundern. Deswegen haben wir diese Ausstellung auch ganz mit Spannung, haben wir ihr entgegengesehen, weil es hat sich so unendlich viel getan in Grimis-Mühlen und wir wünschten uns manches Mal ganz klammheimlich. Es würde sich auch so viel tun in Ansburg, aber es tut sich dort nicht so viel. In den westlichen Bundesländern ist das Geld äußerst knapp und ich glaube, hier ist es auch nicht mehr so reichlich heutzutage. Wir müssen uns alle nach der Decke stecken, aber die Entwicklung, die Grimis-Mühlen in den 25 Jahren genommen hat, die finden wir fantastisch, die finden wir toll. Und ja, ein bisschen Neid ist schon dabei, aber wir freuen uns mit Ihnen, dass sich Ihre Stadt so toll entwickelt hat. Deswegen haben wir sofort spontan gesagt, diese Ausstellung müssen wir uns angucken. Wir wünschen der Ausstellung natürlich viel Erfolg, mögen viele Grimis-Mühlen, wenn Sie angucken. Ja, der liebe Gott hat offensichtlich schon ein Auge auf Sie, denn er hat volles Verdächtnis. Viel Spaß kann ich Ihnen wünschen und viele Grüße aus Ansburg, viele Grüße selbstverständlich auch von unserem Bürgermeister, der Zimmermann, der heute leider keine Zeit hatte. Dankeschön. Vielen Dank für die Grüße aus Ansburg. 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 Das ist das Energieministerium zusammen mit Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, Dekra, Handwerkskammer, IHK und so weiter ins Leben gerufen hat und wo sich Firmen, aber auch öffentliche Institutionen bewerben konnten, um daran teilnehmen zu dürfen. Wir haben das auch gemacht. Jetzt habe ich für 14 Tage so ein Auto zum Test und ich muss sagen, das ist eine feine Sache. Ist das ein reines E-Auto? Nein, das ist ein Hybrid. Wenn man dann sauberen Strom tanken kann und damit sauber fahren kann, also die Umwelt nicht weiter belasten muss, ist das eine sehr schöne Sache. Wenn derjenige, der jetzt tankt, aber dann auch grünen Strom tankt und nicht normalen Atomstrom, dann ist es sonst ins Gegenteil umgeschlagen. Läuft das bei euch über die Photovoltaik? Ja. Wir haben im letzten Jahr gut 1000 Kilowattstunden hier vertankt. International jetzt, wenn welche so von Norwegen mit vom Tesla runterkommen, haben wir häufiger waren. Mehrere Teslas, die wir schon geteilt haben. Und das geht schnell, mit dem Schnelltag hier. Das hat ja ziemlich viel... Hier kann jeder ran, jeder Tag. Ja. Die 24-7 Offen, wo sie dann, kann jederzeit dann genutzt werden. Und kann man hier den umsonst nicht machen? Ja, ja. Ja, mal gucken. Das ist natürlich auch noch nicht so. Boah, das ist technisch. Boah, das ist technisch. Ja, guck. Da ist kein 번째 verbat Cauhen. Nein, du hörst dann noch diferents colour 밖에 ab! Da ist es nicht gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.